eine runde hausse und zwischendurch geht immer jetzt tun wir uns erstmal hier bei einem gewerteten spiel einen gegner ich spiel mit priester manche werden mich jetzt dafür hassen andere können überhaupt nicht mit priester ich hoffe dass ich jetzt hier nichts allzu stark anhand ich möchte es ist nämlich total bescheuert gegen magier zu spielen aber okay schauen wir mal was wir hier machen können die mit der anfang ist eigentlich immer recht gut schauen wir mal was es bringt 1 es war natürlich naja wir könnten natürlich gleiches leben von ihr verdoppeln und dann der angriff aufs leben setzen aber ich glaube da warten als ehrlich gesagt noch weil das bringt jetzt nicht so viel aber wir könnten hier die schon mal blätten das ist ja auch ganz niedlich eigentlich habe ich es genau falsch gemacht ich hätte erst angreifen müssen und dann heilen okay wenn er durch angreifen will mein problem soll es nicht sein das ist halt dann mein kartenvorteil so fahrt gleich nochmal weg kann ich eh nicht sehen und jetzt schlau ist machte sie weg nein macht sich nicht weg warum auch ja die hätte ich vielleicht vorher kriegen sollen vor den champion von sturmwind machte ach dann immer halt die und ziehen wir gleich noch eine karte die ist auch sehr sehr nice machen wir weg machen wir die weg und dann gehen wir weiter es ist natürlich so beim magier ist es jetzt nicht die schwierigkeit gegen die minions anzutreten sondern mehr gegen seine scheiß zauberkarten weil er einfach 50.000 davon auf der hand hat gut er jetzt nicht aber kann ja noch kommen so jetzt spielen wir als erstes mal sport und 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 die zwei Leben wiederherstellen ist eigentlich sinnlos nein es ist nicht so sinnlos und hierzu das ist ja mal das gehört auch an weil es hat keinen sinn den minion anzugreifen mit diesen etwas ich bin bloß wieder das ist egal das oi ach so das war ja sein alles klar war eigentlich ein guter Zug von ihm kann ich sagen mach ich jetzt einen Fehler oder mache ich jetzt keinen Fehler ich weiß es nämlich nicht ich glaube ich habe keinen Fehler ich habe keinen Fehler die karte kann ich hier rwedelisch über mit jordan kegeln das macht mir jetzt der wenig nur bis was mache ich jetzt hier am besten this is jetzt total ich halte erst mal ihn hoch und dann sportkämpfer können wir brauchen also dann können wir nicht einsetzen alles klar war das das jetzt bin ich eigentlich erst mal im karten vorteil wenn er jetzt nicht ja das weiß natürlich schlecht gespielt von ihm das heißt nicht so vorteil für den so und jetzt können wir ja prinzipiell unseren champion setzen mit mindestens fünf angriff was machen wir denn sonst noch wir können sonst gar nichts machen wir können angreifen aber ich glaube jetzt mal durch an denn wenn mein plan aufgeht ist er in der nächsten runde geplättet und dann hätten wir praktischerweise schon gewonnen wenn mein plan aufgeht ja mein plan geht sogar auf da ist er nämlich jetzt down jetzt passen wir den erst mal so als er meine 12 12 weiß was weiß so schön ist kann man ja gleich noch mal sport rauslegen einfach aus dem grund gründe und dann machen wir platt schnelle runde im prinzip man muss halt bloß glück beim karten ziehen haben wer ist es nicht da steigen wir auch ein bisschen mit dem priester auf drei siege zehn gold und das war es dann erst mal auch das war es dann noch mal wir können Vielen Dank.